Herzlich Willkommen zur heutigen Folge und heute nehme ich euch mal wieder mit ein bisschen auf die Basics zurück, also ein bisschen Grundlagen, denn diese Frage wird mir häufig gestellt. Hey Dominik, wo kann ich oder wie kann ich überall Meils & Moormeilen beim Fliegen sammeln? Wenn du das wissen willst und dich diese Frage immer noch brennend interessiert, dann bleib dran bis nach dem Intro. Ja, in der heutigen Folge möchte ich dich wieder so ein bisschen zurück auf die Basics mitnehmen und zwar die eine Frage, die mir häufig gestellt wird, gerade jetzt bei Einsteigern, was auch nicht verwerflich ist, sondern deshalb möchte ich euch in dieser Folge heute ein bisschen mit auf die Grundlagen nochmal zurücknehmen, wie du beim Fliegen Meils & Moormeilen sammeln kannst. Also wo kannst du die sammeln? Mit welcher Airline, mit welcher Reiseklasse, mit welcher Buchungsklasse? Da möchte ich euch heute ein bisschen näher mitnehmen. Also die Antwort nur zu sagen mit Lufthansa wäre zu einfach, denn es gibt noch eine weitere Menge weitere Möglichkeiten, wie du beim Fliegen Meilen sammeln, Meils & Moormeilen sammeln kannst. So, kurz und bündig zusammengefasst sind es die Starlines Partner, also die Starlines Airlines, also die Airlines, die zu Starlines gehören. Dort kannst du beim Check-In oder vorher schon beim Buchungsprozess oder auch rückwirkend bis zu sechs Monate deine Meils & Moorme-Nummer hinterlegen bei deinen Flügen und sammelst dort oder nimmst dort die Meilen mit auf deinem Meils & Moorme-Konto. Also von daher kannst du bei diversen Airlines Meilen sammeln. Starlines ist ein Fall. Dann die integrierten Partner-Airlines von Meils & Moorme, wo zum Beispiel Eurowings oder Eurowings Discover unter anderem noch dazugehört. Da kannst du auch Meilen sammeln. Die gehören nicht direkt zur Starlines, aber du kannst eben, weil sie integrierter Partner von Meils & Moorme sind, dort auch Meilen sammeln. Es gibt darüber hinaus noch zwei, drei Exoten-Airlines, die jetzt auch nicht zur Starlines gehören und auch nicht zu Meils & Moorme, bei denen du auch Meilen sammeln kannst. Und die liste ich dir genau jetzt auf. In Summe sind es 38 Partner-Airlines. Beginnend bei Eagint Airlines, Astana, Kanada, China, Dolomiti, India, Malta, New Zealand, All Nippen Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, sogar Casey Pacific, was gar kein Starlines-Partner ist, Copper Airlines, Croatia Airlines, Egypt Air, Etopian Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Eva Air, Latam, Lott, Lufthansa, Lux Air, Olympic Airlines, SAS, Shenzhen Airlines, Silk Air, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP, Thai, Thai Smile Airways, sogar die Billigfluglinie von Thai, Turkish Airlines, United und Vistara. So, und nachdem wir jetzt wissen, bei welchen Airlines wir Meilen sammeln können, kümmern wir uns ein bisschen um die Frage, wie viele Meilen sammeln wir denn dort überhaupt? Oder auch, was für Meilen sammeln wir dort überhaupt? Ja, welche Meilenarten es bei Miles & Moor gibt, zeige ich dir hier in einem separaten Video. Ja, und die wichtigsten beiden Meilenarten für einen durchschnittlichen Meilensammler sind eben die Premienmeilen und Statusmeilen. Und die schauen wir uns näher an, denn vor ein paar Jahren hat Lufthansa bzw. Miles & Moor das System so ein bisschen geändert, dass für alle Airlines aus dem Lufthansa-Konzern grob zusammengefasst eben nicht mehr das distanzbasierte System gilt, sondern das umsatzbasierte System. Also das heißt, wenn du eine Airline, wenn du ein Ticket über die Lufthansa, Austrian oder Swiss buchst, dann hast du eben eine Buchungsnummer, die mit den Startziffern von Austrian, Swiss oder Lufthansa beginnt. Also im Fall von Lufthansa ist die 220 und dann halt eben die weiteren Ziffern der Ticketnummer. Daran erkennst du, das ist ein Lufthansa-Ticket, auch wenn der Flug nicht mit Lufthansa selbst durchgeführt wird, sondern mit einer Partner-Airline oder innerhalb der Starlines mit einem Co-Chair-Flug. Aber das Ticket ist ein Lufthansa-Ticket. Und dafür kommt bei den Premienmeilen eben die umsatzbasierte Meilenvergabe zum Tragen. Das bedeutet, dein Ticketpreis bzw. du hast einmal den Endpreis, den du bezahlst, davon musst du Steuern und Gebühren abziehen, dann hast du den grundsätzlichen Ticketpreis. Und auf diesen grundsätzlichen Ticketpreis, darüber erfolgt die Meilenvergabe, nämlich pro Euro Umsatz von diesem Ticketpreis kriegst du vier Premienmeilen. Wenn du einen Vielflieger-Status hast bei Miles & More, dann kriegst du sogar fünf Premienmeilen pro Euro Umsatz. Ja, und bei allen anderen Airlines oder bei allen anderen Flugtickets innerhalb der Starlines beispielsweise, die eben nicht von Lufthansa aussehen oder Swiss ausgestellt wurden, sondern zum Beispiel direkt bei United, da gilt weiterhin die distanzbasierte Vergabe der Premienmeilen. Die wiederum ist abhängig von der Reiseklasse, da gehe ich später nochmal drauf ein. So, und jetzt hast du auch schon hier vielleicht den einen Hack mitbekommen, den ich dir jetzt gleich sagen werde, denn du kannst es so ein bisschen umgehen, weil die umsatzbasierte Meilenvergabe ist nicht mehr ganz zu prickeln, nämlich dann, wenn du zum Beispiel nicht First Class oder nicht Business Class buchst, die relativ teuer ist oder ein voll flexibles Economy Ticket, was sehr teuer ist, vergleichsweise, sondern du fliegst zum Beispiel mit einem günstigen Eco-Ticket oder mit einem günstigen Business Class Ticket. So, und dann hast du vielleicht nicht so viel Umsatz und würdest dementsprechend nicht so viele Premienmeilen kriegen. Und das Ganze kannst du umgehen, indem du dein Ticket mit einem Lufthansa-Flugzeug aber über United buchst. Co-Share-Flug wieder, das heißt, du fliegst eben Lufthansa-Flugzeug, hast aber ein United-Ticket. So, das funktioniert. Und da in diesem Fall die distanzbasierte Meilenvergabe wieder zum Tragen kommt, ist es natürlich sehr lukrativ gerade bei den günstigen Tickets. Ja, als nächstes kommt noch die Meilenvergabe für die Statusmeilen zum Tragen, denn die funktioniert nach wie vor über alle Partner-Airlines, auch bei Lufthansa, im Lufthansa-Konzern über die Distanz. Also über die geflogene Distanz multipliziert mit einem gewissen Wert oder mit einem gewissen Faktor abhängig von deiner Buchungsklasse. Also nicht unbedingt von der Reiseklasse, sondern von der Buchungsklasse. Das bedeutet, du kannst teilweise mit den teuren Economy-Class-Tickets mehr oder genauso viel Meilen sammeln wie mit einem Business-Class-Ticket. Oder auch das Beispiel noch krasser, du kannst mit einem Premium-Economy-Ticket, ein voll flexibles Premium-Economy-Ticket, beispielsweise 150% Meilen Zuschlag bekommen auf Statusmeilen, aber mit einem günstigen Business-Class-Ticket eben nur 100%. Also von daher, das kommt jetzt nicht immer nur auf die Reiseklasse drauf an, sondern wirklich auf die Buchungsklasse. Wenn du wissen willst, mit welcher Airline du fliegst und wie viele Meilen du jeweils bei Meils & Moor bekommst, dann musst du natürlich auch noch auf dein Ticket schauen, also welche Buchungsklasse du hast und dann kannst du eben entweder bei Meils & Moor dir nachschauen, okay, bei der Airline wie viele Meilen oder wie ist die Meilenvergabe, Statusmeilen und Prämienmeilen, eben abhängig von der Buchungsklasse. Es ist ein bisschen kompliziert, weil du einfach dir die Airline auswählen musst und danach schon musst in der Tabelle, dann musst du sie ja selber berechnen. Einfacher geht es da mit einer kleinen Website und die heißt www.wertocredit.com. Da gibst du ein, deine Airline, deine Buchungsklasse und bekommst angezeigt, schön übersichtlich, welche Vielfliegerprogramme oder bei welchem Vielfliegerprogramm du wie viele Status- und Prämienmeilen bekommen würdest und kannst dir dementsprechend aussuchen. Lohnt sich es bei Meils & Moor deine Meilen zu sammeln? Also wenn du jetzt keinen Lufthansa-Flug hast, sondern irgendeinen aus der Starlines oder ob vielleicht ein anderes Vielfliegerprogramm sich hier mehr eignen würde. Aber aufgepasst, wenn du Anfänger bist oder Einsteiger, empfehle ich dir dieses Video, das ist hier hier verlinkt. Da zeige ich dir nochmal, dass es nicht Sinn macht oder keinen Sinn macht, für einen Einsteiger sich parallel auf mehrere Vielfliegerprogramme zu konzentrieren. Da kommst du nur durcheinander. Ich empfehle es dir nicht. Ich rate dir davon ab. Wenn du fortgeschritten bist, dann kann sich das durchaus lohnen, eben hier das Optimum rauszuholen und über die Webseite, die ich dir gerade genannt habe, einfach zu schauen, okay, welches Vielfliegerprogramm eignet sich für dein gebuchtes Ticket, um das Maximum einfach rauszuholen. So, das soll einfach mal heute der grobe Überblick gewesen sein. Wenn du noch Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare. Dann antworte ich gern drauf. Oder wenn sich noch Folgefragen daraus ergeben, schreib sie mir auch. Dann mache ich noch ein weiteres Video dazu.